So eine Zombie-Apokalypse wollen wir uns gar nicht vorstellen, aber warum wird immer Jod empfohlen? Was soll denn Jod bitte bringen? Ganz einfach, eure Schilddrüse nimmt Jod auf und wenn jetzt irgendwo eine Atombombe oder ein Nuklearwerk in die Luft geht, dann wird es halt radioaktives Jod geben und das wird von eurer Schilddrüse aufgesaugt und wenn ihr aber jetzt ausreichend Jod, was nicht radioaktiv ist, aufnehmt, dann blockiert das das verseuchte Jod. Also stellt euch das Jod, was ihr aufnehmt, einfach wie so ein Block gegen das verseuchte Jod vor, dass das nicht in eure Schilddrüse gelangt und weniger Schaden in eurem Körper macht.